So, Wahlzeit, Servusle und Hallöchen. Herzlich Willkommen zurück zu Assassin's Creed Orange. Zumindest was, ich hab was in der letzten Folge vergessen. Neues Kamel, ein neues Tier, hätt ich doch gerne. Äh, welches nehmen wir denn? Knochenknacker, Wanderer... Ich bin mal ein ganz, ganz billiges. Das war, glaub ich, unser erstes damals, ne? Sanfte Brise nehmen wir mal, weil wir's halt können. Weil wir's können. Und ja, heute legen wir los. Ach du Scheiße. Schon wieder so ein Riesenteil hier. Oh Mann. Sieht das nur so aus, oder? Ich weiß nicht, sieht das hier tatsächlich nur so aus, oder? So, hier haben wir noch was. Hier haben wir noch einen. Es geht noch einiges weiter, ne? Alter, wie groß ist denn das? Obwohl, die können hier, glaub ich... Das gehört alles dazu, dass ich mich verarschen? Ach du Scheiße. Oh, ich kann jetzt eigentlich nur zwei Folgen aufnehmen, ne? Ich hoffe, ich schaff das jetzt hier. Du da! Halt! Okay, wir dürfen hier gar nicht durch, ne? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Vier Schätze, zwei Hauptmänner hier. Das war's, oder? Oh Mann, ey Freunde. Oh Mann. So kohlen's schon hier. Da bin ich wieder. Hey, weg mit dem Vogel. Zu langsam. Ich seh nix. Alter Schwede. So. Warum sind hier so viel? Alter Schwede. Kommt her, der kommt. Sehr schön. Moment. War das... Ja, Mars. So, sorry, aber anders weise ich mich hier nicht zu helfen. Grad. Was ist das denn? Hui, den würde ich aber schon gerne hier mit reinnehmen. So, der Lichter nehme ich gut, der Junge. Wieso könnt ihr hier frei... was ist das denn? Ach, ist hier schön, ne? Schau ne, genug Obst. Für alle ein schöner Fisch neben dem Obst. Servo. gehen wir mal hier nach oben so gucken wir uns mal hier umschnell hier gibt es nichts mehr ok hier können wir noch rein mords kissen verstehst mords kissen haben sie hier ach jungs hallo den kann ich jetzt auch nicht gebrauchen den für lack ist ne weißt du das den schnappen wir uns später halt der ist hier drüben wenn wir jetzt hier nach oben könnten hier können wir nach oben ruhig gute frau ruhig gute frau ach guck mal hier haben wir gleich was sehr schön jagdbogen sowas wie eine ausstellung hier oder was haben wir jetzt hier bekommen also wie groß ist das hier was haben wir jetzt inventar salz ok kann den bösen blick abwenden auch nützlich aufgekochtem ei ja ich hatte mal ein auto nur einen bösen blick hatte schön wie sie sich freuen über die ne das ist jetzt wieder mein freund mein bestes so sehr schön muss natürlich aufpassen sehr schön das klappt hier ach guck mal warte mal schnapp ich mir noch den schnell das finde ich auch schön da wo es noch ein bisschen blünisch schaut zwar ein bisschen aus wie bei der last of us aber hier ist tatsächlich noch eine ja dann nehmen wir die noch gleich doch mit ach guck mal hier musik ach und da tanzen sie wer spricht hier und füllen unsere lagerhäuser das fayom ist der glückliche empfänger des besten der griechischen kultur und das dank unserer ehrenhaften hausherrin wir alle profitieren demütig von ihrer eleganz erziehung und unfehlbarem geschmack luden 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 so wir interagieren gratulationsbrief verehrte dame wir schreiben dir mit aufrichtiger bewunderung um dir für die abhaltung unseres symposiums zu danken und deine rede war schlicht und ergreifend triumphal es gibt keine seele im fahrium die nicht von deiner großzügigkeit an mut und führung profitiert hätte aus deinem eloquenten mund und deine hingabe zur bereicherung unserer schönen stadt zu wahrnehmen zu vernehmen hat uns mit großem stolz erfüllt durch dich hat griechenlands glanz und rum wahrlich auf ägypten abgefährt kultur für alle kultur für alle wir verbleiben als deine treuen diener die griechen von krokodilopolis kultur für alle durch den tschuldigung dass der jetzt hier dazwischen klappt alter das ist ein cooles ding fahrium wieder zu wohlstand es gibt mehr getreide als je zuvor die höfe produzieren rekordernten und füllen unsere lagerhäuser über die kultur nicht ohne stolz verfolge ich das aufbieten unserer großen kultur im einst öden fahrium jede kleine änderung rechtfertigt meine unermüdlichen eifer meine sorgfältige planung und meinen unterschiedlichen glauben es hat eine harte hand erfordert für uns löst sich nicht so leicht von seiner barbarischen natur wenn jemand fragt ob es all die mühen wert ist muss ich gestehen dass ich mir diese frage schon selbst gestellt habe doch wenn ich nun meine kornkammer ansehe und jeder strauch jede säule und jeder gebe verordnungsstrotz bin ich mehr als sicher dass unser weg der richtige ist was es auch kostet wir bringen die zivilisation in frei und darüber hinaus das ist nicht nur wünschenswert es ist unerlässlich mit oder ohne seine hilfe wir bringen ägypten wieder zur geltung und schaffen ordnung es gibt mehr getreide als je zuvor es tut mir leid wir produzieren rekordernten und füllen unsere lagerhäuser ich möchte mich hier wirklich für den jetzt entschuldigen hier alter kultur und das dank unserer ehren wir alle profitieren demütig von ihrer eleganz erziehung und unfillbaren geschmack da unten ist was hat man das fast nicht gelesen das labert er aber immer noch da oder an ophrodite o aphrodite Göttin in blumen zeus bezauberte tochter vor sorge und sehnsucht bricht mein herz herrin der liebe nicht länger ich höre eine neue stimme ich höre sie und lausche sie holt am goldenen morgen brucht über felder und kornkammern die herrin des feier erhebt sich licht und anmut gesegnet und erläuftet mit glänzenden augen fragte sie mich herr was hält dich derart gefangen o wunderbare berenike für alle na gratuliere so wenn wir das hier haben dann Alter wieso ist das so laut das stimmt doch was nicht oder so jetzt kommen wir hier in die gegend der hauptmänner so wir werden jetzt hier nochmal ach gott oh gott ach gott oh gott ach gott oh gott ach gott oh gott aber muss man sagen es sieht doch hier cool aus ne gehört das hier mit hinzu tatsächlich das gehört hier alles noch mit hinzu dann muss es doch hier irgendwo ein leuchtfeuer geben oder ach da haben wir ein leuchtfeuer aber alter beruhig dich mal als spiel ohne witz wird immer wer es wird immer wer ich denke mal die jungs auf den türmen werden nicht verkehrt ne ich denke mal die jungs auf den türmen werden nicht verkehrt ne oder den jetzt ne das kann man natürlich auch machen aber ich muss mich sehen verdämmig können die ne na komm nachher ich hoffe natürlich da kommt jetzt nicht hier rein ja luden geht noch luden geht noch ich frage mich warum ich sowas nicht mitnehmen kann nein ich bin ich Frage gucke mich haben ich wir wir tun und wir So. Ein wunderbar. Klappt doch ganz gut hier. Muss ich sagen. Hier sind zig Millionen Rebellen. Können wir hier nach oben? Wir könnten hier nach oben. Die würde uns aber gerade nichts bringen, deswegen... Wenn wir den mal anrufen. Der hat Stufe 30. Was geht mit dem ab? Hey, Bars! Scheiße, Bruder! Hey! Scheiße! Das ruchte Schiff war das... Das ruchte Schiff! Das ruchte Schiff! Das ruchte Schiff! Das ruchte Schiff! Wir könnten eigentlich... Hier rüber gehen, ne? Oder? Okay, hier könnten wir was looten noch... Du bist aber auch nicht gerade das Schönste, ne? So, ich muss die wegschleppen! Ich will natürlich hier nicht für Unruhe sorgen! So, was haben wir hier Feines? Kohlenstoffkristall! Nice! Ah, hier haben wir noch was! Was auch bloß, das ist der letzte? Raubtierbogen, ja geil! Jetzt brauchen wir nur noch die zwei Hauptmänner! So, dann machen wir das doch gleich! Meine ich auch so! So, ich guck mal, die sind da drüben! Hier ist einer von den Kleinsträugen! Ich such dir so! Sollten wir eigentlich hinbekommen, ne? Oder auch nicht! Ich guck mal hier! Okay, die raufen miteinander bzw. kämpfen! So, dann luten wir halt hier mal alles erst! Alter, hier haben die die Klos! Wie sind das Klos? Ich geh mal davon aus, ne? Aber in der Rei? going! Davor! Davor! WIEF! WIEF! Wo ist nur einfach das TirisfUN. Ich gehe sagen, redeem ihnen ist es sicher, aber weist. Oh, was weiß ich? Erentoiss ist Yung noch ein Fehler. Sehr schön, dann habe ich die jetzt mal getrennt hier. So, dann gehen wir mal drüben rein. So, leg dich nur hin, leg dich nur hin, hat er gemeint. So, da kommt jetzt der Kappel. So, dann gehen wir mal. So, dann gehen wir mal. Schlaf gut, mein Freund. Sehr schön, dann finden wir noch einen Hauptmann. Wir können sogar Waffe modifizieren, geil. Wo war das, glaube ich? Junge, 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 Junge. Das Leuchtfeuer würde ich halt jetzt hier gerne noch schnappen, ne? Das ist da drüben. Ne, hier oben ist das Leuchtfeuer. So, wie sieht's hier gar nicht, ne? Was das angeht. Quatsch. Aha. Looten, looten, looten. Da drüben war noch was, Junge. Ei, 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 ei. So, nehmen wir Duncan mit. Hier noch was, irgendwas zum Lesen oder so. Leider nicht. Geht's weiter. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das hier wirklich... ...dass wir das so schnell hinter uns kriegen. Der Herr hat uns nicht, okay. So. Hier ist das Feuer, hier haben wir noch einen. So sieht's anscheinend aus. Keine Hektik, Freunde. Macht euer Zeug. So, meine Lieben. Wisst ihr was? Dann hätte ich gesagt... Sie kommt, den nehmen wir noch mit. Ach, der hat sich von dem getrennt, sehr schön. Rammel, dammel, ding-dong. Oh, die erschrecken voll. Das find ich auch mal cool, in diesem Sinne. Wo ist das Ding jetzt? Wo ist das Feuer? Naja, wir wollen jetzt hier nicht... Na komm, den nehmen wir jetzt noch mit. Höchst du deinen Kollegen spazieren, der soll selber laufen. Meine Güte, so Freunde der Sonne, wir machen hier eine Folgenpause Ich bedanke mich fürs Einschalten Und morgen sehen wir uns dann wieder hier weiter Bei der Kornkammer von Kekesuchau In diesem Sinne Macht's gut, bye bye und bis morgen, ciao